Hallo, mein Name ist Preuß, Matthias Preuß. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Partner der Verkehrsrechtskanzlei PS Rechtsanwälte. Gesetzliche Gewährleistung versus Garantie beim Autokauf, damit wollen wir uns in diesem Video einmal beschäftigen. Ich erlebe immer wieder in der Praxis, dass Mandanten der Unterschied zwischen der gesetzlichen Gewährleistung und einer eventuell bestehenden Garantie für ihr Fahrzeug nicht bekannt ist. Also höchste Zeit, darüber einmal ein Video zu machen. Die gesetzliche Gewährleistung, also die Ansprüche des Käufers bei einem Mangel an der gekauften Sache, ist im Gesetz geregelt. Fragt mich also jemand nach seinen Ansprüchen, kann ich ihm sofort eine konkrete Antwort geben, denn ich kenne sowohl das Gesetz als auch die Rechtsprechung zu dieser Thematik. Hier ein kleiner Schnellüberblick zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen beim Autokauf. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche hat grundsätzlich jeder Käufer gegenüber dem Verkäufer. Ist der Käufer ein Verbraucher und der Verkäufer ein Unternehmer, zum Beispiel ein gewerblicher Autohändler, kann die gesetzliche Gewährleistung nicht ausgeschlossen werden. Wichtig hier, selbst wenn in einem Kaufvertrag zwischen einem Verbraucher und einem Händler steht, sowas wie gekauft wie gesehen unter Ausschluss der Gewährleistung oder eine andere Formulierung, mit welcher der gesetzliche Schutz umgangen werden soll, ist eine solche Formulierung unwirksam. Als Verbraucher kann man solche Verträge getrost unterschreiben, Gewährleistungsrechte hat man trotzdem. Bei der Gewährleistung kommt es immer darauf an, dass zum Zeitpunkt der Übergabe des Fahrzeuges ein Mangel an dem Fahrzeug schon vorhanden war oder jedenfalls angelegt war. Ein Mangel ist abzugrenzen von normalem Verschleiß. Bei einem normalen, üblichen Verschleiß bestehen keine Ansprüche gegenüber dem Verkäufer. Hierzu habe ich bereits ein Video gemacht. Zeigt sich ein Mangel in den ersten zwölf Monaten nach der Übergabe, vermutet das Gesetz, wenn der Käufer ein Verbraucher ist, dass der Mangel auch bei Übergabe schon vorlag. Das ist eine erhebliche Beweiserleichterung für den Käufer. Zeigt sich der Mangel erst nach zwölf Monaten, muss der Käufer beweisen, dass der Mangel bei Übergabe schon vorhanden oder jedenfalls angelegt war. Man unterscheidet immer zwischen behebbaren und nicht behebbaren Mängeln. Auch dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Bei unbehebbaren Mängeln kann man sofort seine Rechte geltend machen. Bei behebbaren Mängeln muss man dem Verkäufer die Möglichkeit geben, den Mangel zu beheben. Wie genau das aussieht, habe ich in einem anderen Video beschrieben. Die Gewährleistungsansprüche verjähren bei neuen Fahrzeugen nach zwei Jahren. Bei gebrauchten Fahrzeugen kann die Verjährungsfrist auf ein Jahr verkürzt werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Rücktritt vom Kaufvertrag vor, erhält der Käufer den Kaufpreis unter Anrechnung des Nutzungsersatzes für die gefahrenen Kilometer zurück, der Händler das Fahrzeug. Wie hoch genau dieser Nutzungsersatz ist, können Sie mit dem Rechner auf unserer Internetseite berechnen. Soweit zur gesetzlichen Gewährleistung. Kommen wir zu den Ansprüchen aus einer Garantie. Eine Fahrzeuggarantie ist immer eine Garantiezusage, zum Beispiel des Herstellers oder ein Garantievertrag, der zusätzlich geschlossen wird, zum Beispiel bei einem Gebrauchtwagenkauf. Die Ansprüche des Käufers, also Garantienähmers, richten sich immer nach diesen Garantiebedingungen oder eben dem Garantievertrag. Das heißt, wenn mich jemand anruft und nach seinen Ansprüchen aus der Garantie fragt, kann ich keine Auskunft geben, da ich den Vertrag ja noch nicht kenne. Ohne Einblick in den Vertrag ist eine Auskunft gar nicht möglich. Alle Rechte und Pflichten aus der Garantie sind in den Garantiebedingungen geregelt. Generell kann man aber wohl sagen, dass Garantieansprüche immer nur die Übernahme von Reparaturarbeiten betreffen. In einer Garantievereinbarung habe ich noch nie gelesen, dass dem Garantienehmer bei einem Fehlschlagen der Reparatur ein Recht zum Rücktritt vom Kaufvertrag zusteht. Das wäre auch rechtlich schwierig, da in den allermeisten Fällen Garantiegeber nicht der Verkäufer ist, sondern der Fahrzeughersteller oder eben eine dritte Firma. In den Garantiebedingungen ist dann konkret geregelt, welche Fahrzeugteile von der Garantie umfasst sind und unter welchen Umständen welche Teile und Arbeitskosten vom Garantiegeber übernommen werden. Zusammenfassend kann man also sagen, Gewährleistungsansprüche und Garantieansprüche bestehen nebeneinander. Gewährleistungsansprüche gehen weiter als Garantieansprüche. Auch ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist möglich. Die Ansprüche richten sich immer gegen den Verkäufer. Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche ist allerdings, dass ein Mangel bei Übergabe vorlag oder angelegt war. Ansprüche aus einem Garantievertrag richten sich immer gegen den Garantiegeber und sind vom Garantievertrag oder der Garantiezusage abhängig. Für Garantieansprüche ist es aber in der Regel nicht nötig, dass diese schon bei Übergabe des Fahrzeuges vorgelegen haben. Sollte es nach einem Kauf zu Problemen mit dem Fahrzeug kommen, sollten Sie in jedem Fall einen spezialisierten Anwalt einschalten. Dieser prüft dann, welcher Weg für Sie am besten ist, entweder gesetzliche Gewährleistungsansprüche gelten machen oder Ansprüche aus einem Garantievertrag. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier einen ersten Überblick zu dieser Thematik geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.